Ich bin durch das Kunsthistorische Museum gegangen und habe nach einem Motiv gesucht, das nicht religiös ist, was sich in der Abteilung als schwierig herausgestellt hat. Aber mir ist das Bild von Hans Baldung, die drei Lebensalter und der Tod, sofort ins Auge gestochen, wegen der Darstellung des Todes als Skelett. Leben und Tod sind zwei Pole und die Menschen sind einerseits durch den medizinisch-technologischen Fortschritt mittlerweile sehr verwöhnt, sie werden immer älter, Medien suggerieren wiederum was völlig anderes, Tod, Terror, herabfallende Kokosnüsse, alles ist irgendwie ums Eck. Ich habe ein Triptychon gemacht, habe in jedem Bild ein Lebensalter dargestellt und eine Negativschablone, die wiederum einen Schatten wirft auf das erste und auf das dritte Lebensalter. Das erste Lebensalter zeigt ein Kind, ein unschuldiges Kind, das sich noch keiner Gefahren bewusst ist, das unbekümmert ist. Und der Schatten, den die Negativschablone wirft, der zeigt eine Entwicklung hin zum zweiten Lebensalter, aber auch prinzipiell zeigt es eben, wie das Kind sich einfach aus dieser hockenden Pose erst in die aufrechte Position bringen muss. Und im zweiten Lebensalter, das eben keinen Schatten hat, das strotzt vor Selbstbewusstsein, das benötigt keinen Schatten, das ist Zenit des Lebens und schaut in die Kamera und schaut weder zurück noch nach vorn. Beim dritten Lebensalter hat man schon eine gebrechlichere Pose und der Schatten, der zeigt wiederum eine Entwicklung hin zum Tod, also eine Bewegung hin ins Unbekannte. Und ja, ich hatte schon immer ein Interesse an Wachstum, Entwicklung, Dialektik, Kausalität und versuche das in meiner Arbeit mit einzuwirken.